Das ist das Hamburger Wetter. Eben hat noch die Sonne geschien und jetzt regnet es wie aus Alman. Und trotzdem habe ich die ersten Straßenmusiker gefunden, die sich gut untergestellt haben und trotz Regen Musik machen. Sie sprechen aber nur Englisch. Who are you? I'm Jacqueline Salford. This is Piero Luigi Petricca. I'm from Sweden. He's from Italy. So you really travel around just to do music on the streets? Oh yeah, we just travel and play. Do you really do like a tournee on the streets or is it just, are you on holiday over here and now you make some music here? Oh no, we just travel and play. And is it worth it? Do you earn enough money for traveling? No, no, not so much. Like now we've been playing for like one hour. Maybe we have six euros. But it's enough for the parking ticket or so. Usually I would think that you earn more money if it's raining. Is it true? I think less money. It feels like when it's raining the people are more depressed and are there in a hurry because they don't want to stand in the rain. If it's sunshine, like a lot of people might listen. So, yeah, it's better on a sunny day, I think. And what is special about making music on the streets? It's fun. You see all the people coming by and they smile and they dance or something. Well, it's fun. Some people stop for a long time and listen. Do you sometimes maybe feel sad if people just pass by and no one stops and listens to your music? Not so sad, but it's more fun if they stay and listen. What do you think is the difference between playing a concert or playing on the streets? On the streets, the people can choose to stay. And if they, like, if we play in a pub or in a club or something, the people stay, but you don't know, like, what they think maybe or, but on the streets, the people who stay, they, yeah, they like it, I guess. What style of music do you do? Mostly blues. Would you play a song for us? Yeah, sure. Und während die beiden gleich ein Lied für euch spielen, mache ich mich weiter auf die Suche nach den nächsten Straßenmusikern, die sich trotz Regen auf die Straße getraut haben. Und ihr seht währenddessen gleich einen Beitrag über die Young Classics. Junge Leute, die Musik machen. Und zwar klassische Musik. Der Regen hat gerade wieder aufgehört und ich habe die nächsten Straßenmusikanten gefunden. Und zwar ganz junge Teilnehmer. Wer seid ihr denn und wie alt seid ihr? Ich bin Johanna und bin zehn Jahre alt. Ich bin Jonathan und bin acht Jahre alt. Und ihr macht hier heute Musik? Ja. Was spielst du? Ich spiele Trompete. Ich spiele Klarinette. Und welche Lieder spielt ihr besonders gerne hier auf der Straße? Ähm, ich spiele ganz gerne Marschallon und Bruder Jakob. Ich spiele ganz gerne London's Burning und alle Vögel sind immer schon da. Habt ihr schon mal Straßenmusik gemacht? Ich, aber meine Schwester noch nicht. Das ist ihr erstes Mal. Und verdient man da viel Taschengeld extra? Ja, eigentlich schon. So 40 Euro. Und wie lange steht ihr hier jetzt schon? Also wir stehen hier jetzt schon, glaube ich. Also wir standen da, also davor bei Karstadt, da waren wir so eine vierte Stunde und jetzt hier schon ein bisschen und ungefähr so eine halbe Stunde oder so. Und das macht euch auch nichts aus, dass es eben noch geregnet hat und ganz kalt ist heute? Nee, das macht uns nichts aus. Mögt ihr ein Lied für mich spielen? Ja. Welches? Bruder Jakob. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.